Erleben Sie die nächste Produktgeneration von Sonnen, die Sonnenbatterie 10. Mit der Sonnenbatterie 10, unserer neuen innovativen Hightech-Lösung, wird Stromspeichern so einfach und effizient wie noch nie. Dank vieler neuer Features sind Sie mit dem neuen Modell von Sonnen immer einen Schritt voraus und erhalten dabei modernste Spitzentechnologie made in Germany sowie 100% Qualität vom Marktführer für intelligente Solarstromspeicher. Sonnenbatterie 10. Für maximale Leistung, Kapazität, Sicherheit, Lebensdauer und mit noch einfacherer und effizienterer Installation. Alle Features auf einen Blick. Mehr Leistung, VPP-fähig, maximale Sicherheit und Langlebigkeit, flexible Speicherkapazität, vereinfachte Installation, neues Servicekonzept, optionales DC-Modul, backupfähig und solar nachladbar, Smart Home Ready. Einfach stark. Mit der Sonnenbatterie 10 erhalten Sie noch mehr Leistung im neuen Gerät, denn das Modell bietet 4,6 Kilowatt B- und Endladeleistung. Das macht Sie zum ultimativen Kraftpaket für jeden Haushalt, da so mehr Energie auf einmal aus der Batterie bezogen werden kann und weniger aus dem Netz. Dadurch erhöht sich die Autarkie und das sorgt für eine bessere Gesamtrentabilität. Die höhere Leistung macht den Speicher außerdem besonders zukunftssicher, denn so ist er auch für Elektromobilität und Anwendungen im Virtual Power Plant perfekt geeignet. Sicher und langlebig. Auch bei der Sonnenbatterie 10 setzen wir auf die sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Die neuen Batteriemodule der nächsten Generation gibt es wie gehabt mit unserer Vollgarantie über zehn Jahre und der extra langen Lebensdauer von über 10.000 Ladezyklen. Dank Hochvolt-Technologie sind die neuen Module außerdem noch effizienter. Unsere Lithium-Eisenphosphat-Module führen unser konsequentes Engagement zur Vermeidung des Konfliktrohstoffs Kobalt fort und zählen zu den sichersten und langlebigsten am Markt. Ganz flexibel. Mit der Sonnenbatterie 10 bieten wir Ihnen jetzt noch mehr Speicherkapazität. So erhalten Sie bis zu 11 Kilowattstunden Speicherkapazität in einem System. Doch damit nicht genug. Mit einer zusätzlichen Erweiterung können Sie sogar bis zu 27,5 Kilowattstunden pro System abdecken. Maximale Unabhängigkeit für gewerbliche Anwendungen erreichen Sie durch Kaskadierung. So können Sie bis zu neun Geräte in Reihe schalten und bleiben auch im Großeinsatz immer betriebsbereit. Vereinfachtes Installationskonzept. Sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation der Sonnenbatterie 10 und profitieren Sie so von einer noch schnelleren Installation. Wie wir das möglich machen? Mit dem neuen und leicht zu installierenden Sonnenwallframe. So wird jede Installation zur One-Man-Show. Neues Servicekonzept. Bei der Entwicklung der Sonnenbatterie 10 haben wir nicht nur Sicherheit groß geschrieben, sondern auch Zuverlässigkeit. Sollte es dennoch einmal Probleme geben, können diese ganz einfach und schnell behoben werden. Mit neuen Möglichkeiten zur Fernwartung. Das spart Zeit und Kosten. AC oder DC? Kein Problem. Eine Weltneuheit. Mit der flexiblen DC-Option für die Sonnenbatterie 10 machen Sie aus einem AC-Gerät im Handumdrehen ein DC-Gerät. Das neue DC-Modul ermöglicht einen direkten Anschluss der PV-Module ohne Umweg über einen extra Wechselrichter. So sparen Sie die Kosten für den PV-Wechselrichter. Bestens gerüstet bei Stromausfällen. Die neue Sonnenbatterie bietet nicht nur maximale Unabhängigkeit, sondern auch Sicherheit im Falle eines Stromausfalls. Denn mit unserer neu entwickelten Backup-Lösung für die Sonnenbatterie 10 kann gespeicherte Energie auch bei Blackouts verwendet werden. Dank der Backup-Fähigkeit der Sonnenbatterie bleibt das Licht also ganz sicher an. Und da das Backup-Modul in Kombination mit unserem Sonnen-DC-Modul auch dafür sorgt, dass die Sonnenbatterie solar nachladbar ist, kann Strom sogar unabhängig vom Stromnetz weiterhin erzeugt, verbraucht oder in der Sonnenbatterie gespeichert werden. Intelligent verbunden. Smart Home Ready. Verbinden Sie die Sonnenbatterie mit modernstem Zubehör und verwandeln Sie jedes Zuhause im Handumdrehen in ein nachhaltiges, vernetztes Eigenheim der Zukunft. Eine Integration in ein KNX-System ist genauso möglich wie in andere Smart Home-Umgebungen, zum Beispiel auch zur Ansteuerung von Wärmepumpen. Der integrierte Energiemanager der Sonnenbatterie optimiert den Eigenverbrauch, berücksichtigt Wetterprognosen und ermöglicht ein vorausschauendes Ladeverhalten. Und nicht zuletzt kann die neue Sonnenbatterie 10 Teil unseres virtuellen Kraftwerks werden und öffnet jedem Haushalt damit die Tür in die Energiewelt der Zukunft. Sonnen. Energy is yours.